Oh yeah, ich liebe diesen Jingle. Das ist ein nicer Scheiß. Ja, vielen Dank, Dude. So, ähm, ja, aber ich glaube, ich versuche es so. Ich habe sie beim letzten Mal ein bisschen mehr als die Hälfte runtergekriegt und wenn ich jetzt die, ähm, wenn ich die ganzen Patterns von ihr ein bisschen besser im Kopf habe, dürfte es eigentlich sogar funktionieren. Ich denke mal, das ist alles nur eine Sache davon, dass ich die Patterns von ihrem Kopf habe. Das ist, glaube ich, alles, was ich irgendwo draufhaben muss. Ernsthaft, muss ich jetzt die gesamte Szene nochmal durchgehen? Achso, ja, weil ich jetzt, äh, ja. Gut, ich wollte sowieso mal was gucken. Ich kann ihn nur checken, okay. Ich könnte ihn aber sparen, aber ich glaube, das, äh, ja. Ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Was, wenn, glaube ich nicht, dass ich vor Anleihen davonlaufen kann? Anime Speech. Derbis Anime Speech. Ah, wenn ich spare, ende ich den Genocide Run. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So, ich werde aber mal... So. Trainingshandschuhe kommen auf. Um genau zu sein, ich nehme das fucking Ladekabel ab, damit ich mich freier bewegen kann mit dem Ding. So. Das war das. So, danke für den Host. Ah, this shit. Ich sag dir, die langsamen sind für mich das Schlimmste. Ah, shit. Aber das schaffe ich so. Okay. Den Move habe ich. Crit. Einmal hochheilen, weil jetzt kommt das... Jetzt wird es eklig. Genau. Die Phase kenne ich. Ich hasse diese Dinger. Ich kriege da... Um es Verrecken... Um mein Leben... Kriege ich das Timing davon nicht raus. Okay. Aber die Musik ist so unglaublich geil. Habe ich gestern Abend auch noch die ganze Zeit gehört. Okay. Das lief gut. Alter, was war denn das für ein Pupshit? Ja, nee. Da bin ich komplett aus dem Takt gekommen. Diese Phase. Den Anfang habe ich ja mittlerweile drauf. Der ist nicht mehr das Problem. Zumindest so etwas. Aber ab diesen späteren... Da wird es halt... Ne. Yo, dude. Smack. Ich bin nicht ein freaky Fisch-Guy. Ich bin nicht ein freaky Fisch-Guy. Das ist ja... Das ist schon fast free. Aber dann kommt das hier. Ja, dann kommt das. Diese langsame Scheiße. Ich bin nicht ein freaky Fisch-Guy. Okay. Jetzt verkack ich die seitlichen. Was ist mit mir los? Hier mache ich mir mehr Panik immer, als ich eigentlich muss. Na? Ja. Die grünen, die sind mein Verhängnis. Die sind einfach das ekelhafteste, was Tobi Fuck jemals erfunden hat. Grüne Pfeile. Wer hätte gedacht, dass das mal mein absoluter Downfall wird. Grüne Pfeile. Ein bisschen gelb, aber ich habe bis dahin nichts gesagt. Einfach wegen deiner Farbströte. Danke. Das macht es auch nicht besser. Ich habe schon überlegt, es gibt ja bei dieser Schildkröte eine Waffe, wo zwar mein Damage runtersetzt, aber meine Invincibility verlängert. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, das mal zu versuchen, aber ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Ich bin ja gewillt, es einfach mal auszuprobieren. Das ist nur ein bisschen Backtracking. Als ob irgendwas anderes eine Bedrohung wäre. Das ist schon fast am chilligsten, wenn ich nicht getroffen bin. Ich bin ja nicht nur mit der Schildkröte. Genau natürlich, wenn ich es sag, weißt du. Cheesy. Ich kann die auch mal zu spät erkennen. Und dann verliere ich komplett die Orientierung. I'm determined auf jeden Fall. Shit. Ja, jetzt muss ich mich vollheilen. Weil jetzt kommen diese ekelhaften Phasen. Die Phase kenne ich. Die ist easy. Oh, Gott. 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 aber da kommen so viele von denen das ist eigentlich eigentlich ist das gut für mich weil da komme ich besser mit klar als mit dem anderen rest das ist eigentlich eine der leichtesten sachen dieses ja diese kleine box klar ist die da ein bisschen schneller aber it's basically it's simple this shitbiscuit crit ja 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 das ist jetzt vielleicht mein tod oder auch nicht oder auch nicht da kommen jetzt viele grüne das weiß ich noch einmal abheilen manchmal habe ich das gefühl ich bin besser dran wenn ich einfach das ding im kreis drehe oh man gib mir den ganzen kuchen die nächste phase kenne ich so langsam habe ich die frau raus ist das ist das schlimmste an der sache ja der super langsame part das war aber nicht schlecht ja ich bin in den speer reingelaufen ja ja klatsch weißt du im grunde slappe ich nur aber sie nimmt da irgendwie zehn milliarden schaden durch ein bisschen das ist aber nicht oder wie es ist denn immer wichtig noch warken dann ein kleiner fisch he 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 Das ist ein großartiger Fisch. Ein großartiger Fisch. Das ist ein sexy Fisch. Der Worte ist so schnell schön. Oh, wasser soll ich dieses Schuss ausziehen? Oh, das ist das. Oh, das geht. Oh, das war ein paar Schuss. Oh, das war ein Schuss. Oh, das ist er, was du aufgewaltig? Oh, das war ein Schuss. Wah-krab-er. Ich werde hier sterben. Ja, ich werde hier sterben. Ich werde definitiv hier sterben. Das ist im Grunde auch so eine einf... Jetzt realisiere ich das erst. Das ist an sich so eine einfache Phase. Links, rechts und dann ist es oben, oben oder unten, unten. Das ist an sich so easy. Oh, das realisiere ich jetzt einfach viel zu spät. Das ist genau wie hier. Nur leicht anders. Die super langsame Scheiße. Jetzt bin ich schon zu voreilig. Okay, viel habe ich nicht mehr. Ja. Ein Trabapple. Oh, come on. Oh, das ist eine. Oh, das ist eine. Das bringt mir eigentlich gar nichts, wenn ich mich heile, oder? Das sind 18, die mich heilen. Das sind 20. Ja, 20. Ja, gut. Ja. Leben. Und das hier ist... Okay. Einmal noch. Ausgehendet der hier. Der letzte. Der letzte. Ich renne in den letzten rein. Nein. Oh, fuck. Oh, ich renne in den letzten fucking Speer. Aber am Ende wiederholt sie echt nur noch das. Also, eigentlich muss ich nur so lange überleben, bis ich diese Pfeile überlebe. Die Speere sind einiges leichter. Oh, ich hätte sie nur noch angreifen müssen danach. Oh, shit. Shit. Oh, klipp dat. Das ist so... Ah! Okay. Okay. Back to business. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich höre da mal zu früh auf. Ich kenne diese Phase auswendig, aber ich komme mal zu früh. Der war super schlecht. Snowman, please. Ich kenne diese Phase aus. Ich kenne diese Phase aus. Ich kenne diese Phase aus. Okay, super slow-mo. Gut, das waren die letzten. Ich habe noch drei High-Items. Alle machen mich nahezu voll. Das ist gut. Das ist gut. Let's do this. Na, na, alles gut. Die hier sind noch das Schlimmste. Die sind super schnell. Wenn man sich so im Kreis bewegt... ...muss man eigentlich immer noch gucken, was einem entgegenkommt. Der Rest ist dann egal. Macht nix. Ja, das war eine schlechte Runde. Yes. Der hat mich nicht getroffen. Okay. Hast du das gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Der stößt mich durch. Okay, aber er beschwert mich nicht drüber. Alter! Nee, noch nicht. I can do this. Wenn ich nicht so schlecht angreifen würde jetzt. Jetzt aber. Just in case. Ich bin so... Oh, fuck. You dead! yes you dead damn it so even that power it wasn't enough if you if you think i'm gonna give up hope you're wrong because i've got my friends behind me alphys told me that but what that should watch me fight you and if anything went wrong she would eviducate everyone and now she's caught escrow and told him to absorb the six human souls and with that power this world will live on ich gehe mal zurück und speicher ja ja well fuck my life right okay gut gehe ich halt nicht zurück und speicher und sterbe ich halt hier und jetzt okay ja aber ich nehme mich hotland ich habe zwei level ups gekriegt hier die termination ich habe keine items mehr scheiße in hotland ist ein shop ne ja was leider auch wieder war als ob die normalen monster hier irgendeine bedrohung darstellen gespeichert habe ich auch also von daher it's a water cooler take a cup of water you take a cup of ja nice ja wozu ach ja evaporated in heat the cup evaporated too ganz vergessen 40 left ja aber er ist hier an high items könnte ich mal aufstocken auch wenn es nur cinnamon bunds sind aber es ist dann immer noch besser als gar nichts auch wieder war auf nach snowden ja doch ganz vergessen mal gucken sagt er jetzt was an ich habe ich eben gerade gegessen um mich am leben zu erhalten so hier her i'm not regret anything regretti regretti i have no spaghetti da habe ich ja dann einiges an gebiet vor mir jetzt das ist bis zum chor alter ist eine menge ja also bis in er erinnert der korte erst ja auch noch was ich nehme einfach mal ich habe jetzt einfach mal mitgenommen da ist es ja nicht so als ob es jetzt irgendwie stören würde oder so ich meine ich weiß nicht was nicht was mir bevorsteht und ist lieber sicher als nicht sicher ich habe die aufladung nicht gestartet fuck it ich lade das von twitch hoch das kann der kam ihm mal mann ja muss ich mir merken ich habe muss ich wohl heute an deinem noch mal der könnte ich ja jetzt gar nicht rollo temi village the room before the dog in the later room aha ja warte mal da mache ich das aber so come again sometime trolala äh ja ich bin so ein richtiges genie habe andain gekillt und jetzt stehe ich hier ich dummer tropf und äh ja also wundert euch nicht dass der kampf gegen andain eventuell ein bisschen trash aussieht ich habe den denn von twitch konvertiert weil i had nothing left i could do kann ich denn ich kann sogar hier ok es ist ein furzfeld es ist ein furzfeld nimm mal diese furzfelder beobachtet werde ich aber trotzdem es ist ein computer es ist ein kind of puzzle in snowden es ist ein kind of puzzle in snowden es ist ein kind of puzzle in snowden they were busy doing your em thing i was running around eva you get eva educating people to safety now they're in a place where you never get to them is i not to fight you my my she really is the only smart one isn't she is how sexy you're just itching to get hands on me and you well to bad this word needs start more than these corpses toodles Okay, piss off, then. Hm, mal gucken, ist hier oben jetzt was anderes? Vor allem in Neutral und Pazifist verpennt es einfach mal, den Kampf mit dir und an deinen zu beobachten. Nur bei Genocides, da guckt sie dann zu. Ja, ausgerechnet das muss sie natürlich sehen, ne? Wie ich quasi ihre Loverin umbringe. Zweimal, technically. Muss ich jetzt denn auch den gesamten Jatz mit Metatron auch machen? Die ganzen Shows und hast du nicht gesehen? Na, vorhin sollte er eigentlich wie so gewesen sein. Ja, ja. Aber er stand da einfach nur und hat dir gesagt, ja, Alphys ist nicht da, sie ja evakuiert alle und ich bin jetzt weg, tschüss. Ach so, das war damit gemeint. Alter, Vulkanin klingt ja immer, wenn du den umfährst, so. Oh Mann. Ich mach erst mal, ich mach erst mal soweit wie, wie kommt. Und bis zum Chor, das ist ja noch einiges an Weg. Eben. Oh. So, not a flame. So, not a flame. Not on purpose or anything. Fuck, never got to. It just fucking exploded. Jesus Christ. Ah, genau. Das war das. Ja, ich hab's immer noch nicht raus. Lach auf mich. So. Ich lach auf dich? Ja, lach auf mich. Frying pan on the ground. Will you take it? You're carrying too much. Ja, shit. Jetzt nicht mehr. Shut the fuck up. Shut the fuck up. You'll get a burnt pen. 10 damage rather consistent. Consumer item steal four more. Ja, das ist doch mal. Das ist doch mal was Nices. Das tut weh im Gesicht. Und lässt mich mehr heilen. Und ich trete nicht mehr Leuten ins Gesicht. Jetzt haue ich sie mit einer Pfanne. Die Pfanne tut weh. Vor allem eine heiße Pfanne. Ja, nicht mal die Laser hier sind an. Gar nichts. Im Grunde alles, was Elphys hier zu tun hatte, ist non-existent. Aber immer mal so ein bisschen was abfarmen, kann man ja dann doch mal. Wobei, ich weiß ja nicht, ob hier was spawnt. Ich setze mal eher hier. Ja, selbst die Türen sind offen schon. Man merkt echt, also Pazifistron ist mehr so auf Rätsel ausgelegt und nett zu Leuten sein. So Rätsel überwiegend. Und Genocide ist dann echt eher so 100% pure combat. Mortal Kombat. Der auch. Mortal Wombat. Mal gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Man weiß ja nie. Ich meine, ich hatte persönlich gestellten und wo war ich eine Completer Mission. Ja gut. Dann halt nicht. Hui. Geh zurück. Geh weg. Oh, hi. Die Schwur liegt. Du bist hier. So that means Undyne, she's like Undyne, we will avenge you. Nein. Oh Gott, 40er. Buh. Jesus. Run. You. One hit with a fucking frying pan. Alter. Ja, in reichlicher, im kurzen Abstand. Alter, selbst die Küche ist leer. It's a fridge. It's strangely warm. Kann ich auch hier wieder nach Messern gucken? It's a microwave. The crate of your microwave fan. It looks pretty modern. Warte mal, da liegt ein Messer. Echt, da sagst du nix zu? Ich bin enttäuscht, Schoos. Ja, ich hätte es auch gedacht, weißt du? Kann ich wenigstens... It's glued to the table. Was ist in dieser Welt nicht an den fucking Boden geklebt? Oder an den Tisch? Oder for fuck's sake. Was habt ihr hier alle mit Kleber? Fucking weirdos. Die schnüffeln das. Deswegen ist das hier überall. Ach, guck mal. Ist ruhig. First selected location. Oh. Well, that escalated quickly. Ich guck mich trotzdem an den anderen nochmal rum. Ich meine, ich könnte es mal jetzt ja, wie es da steht, direkt zum... Oh. It's a fridge. Ja gut. Ich meine, ich kann mich auch nicht erinnern. War hier irgendwas von... Äh, sind wir witzig heute? Ja. Left 3. Ich hasse Aufzüge, by the way. So. Ah, schon mal einer guckt. Hier ist auch die Musik von Nothing Came. But nobody came. Ja. Der Film ist hier. Null. Äh. Naja. Äh, warte mal. Das war doch... Wieso sind die jetzt aktiviert? Tank through. Ja, hier ist... Das ist ja alles schon gemacht, also... Ja, dass du immer noch an dem Kaktus riechen kannst. Nee, ich dachte, dass Schießtahnen hier vorne rät. Sagt dem Motto, das ist keine Mordwaffe. Ich kann aber eine draus machen. 36 Left, alter Verwalter. Hey, Muppet. Uhuhu. Do you hear what she said? Oh, you're gonna die. There's a human wearing a striped shirt when you've come through. Wow. Was eigentlich schade ist, ich fand Muppet... Muppet... Muppet? Muppet. Muppet war einer der geilsten Bosse vom Design her. Did they hate everybody? Nee. Ich hab ne Fahne. Das ist selbst für Spinnen, Overkill. Oh, I heard. Come on. That they're awful taste. What a shame. You may come from a way we haven't yet. Ich ess dich jetzt selber gleich. Ich schwör's dir. Okay. 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 Oh. Oh Gott. Ja, Mama, Spinnen ist tot. Musst du das auch noch so ausdrücken? Er ist doch rar! Jackpot! Der QB, der gibt es voll auf... Das war nur irgendwo... Ich glaube ungewollt passend. Aber du hast 300 XP bekommen. Das war ein ganz... Ja, es ist ein ganzes Level-Up, Alter. Dass ich da einmal noch nicht hochkann, wundert mich immer noch. Durchfall. Oh, this one. Oh, I remember. Oh Gott, hier muss ich irgendwie 36 Viecher noch finden, Alter. In fucking Hotland. Ah, hier. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir hier auch tatsächlich durch. Ich meine, wir sind hier... Hier ist doch gleich schon... Ja, wow, wir sind schon hier. Wir sind ja schon fast beim Kern. Ja, und wir haben gerade noch nicht mal die Hälfte. But like... Nobody came and stuff. Ich kann auf jeden Fall alles mitnehmen. Sogar den Mystery-Key. Oh, Tatsache. Probably to someone's house, lol. Wofür war der nochmal? Äh, für das Haus neben dem Knapsterbrief. Ah. Dass du mir erzählt, was das ist, ne? Gibt's da sonst irgendwas drin zu holen? Hm, so ein Knapsterbrief. Was? Fünf, Alter. Bad news, mega evil weirdo. I've just came here and talked to us. I'm a super duper safe. But first, we gotta use our... ...kill pens. We don't want to waste pens. And don't even think about stealing our stuff. Yuuu-chan 9, danke fürs Followern. You're junk alone. It's not junk, it's really valuable. Your garbage is really valuable. I'm closing, you're a total loser. Yeah, loser. Yeah, heh heh. Signed. Wow. Bullets not included. Ach ja, die, die leere Waffe. 12 oder 12. Hat nicht diesen schönen mehr Heilungseffekt irgendwie, den ich wahrscheinlich noch brauchen werde. Attack up when you want, das ist aber... Ach so, ich bin voll. Again. Hier war doch irgendwo ne Box, oder? War hier drin nicht ne Box? Da ist doch ne Box. Ja. Ja, das gesamte Hotel ist leer. Und der pisst immer noch auf nem Teppich. Gucken wir gleich mal. Ob er retarded genug ist, um zu bleiben. Aber erstmal will ich mir das Ding, warte. Äh, take. Jetzt trage ich nen Cowboy-Head. Ja, Mensch. Der kochende Cowboy. Du bist jetzt der kochende Cowboy. Yeah. Old Tutu. Der Knütteln-Tutun. So, gucken wir doch mal. Why do you always get the freaks? Alter, bei ihm muss man sogar tatsächlich noch kaufen. Ich meine, klar, ich hab das Geld, hab ich. Hier ist ein Trick. Attack up in battle. Oh. 300 Euro. Ist aber praktisch. Don't ask, please. Ah, ja. Everyone will buy a weird star. Just to have a weird star. But not. So, what if nobody buying anything? Everyone else is dead. Does that mean I don't have to work today? God, what a true, little weirdo. That was very true. Ja, wenn du dich die ganze Zeit... Sorry, little weirdo. Threats on work on me. I can't go to hell. I'm on vacation days. Oh, man. Ich meine, ich könnte dich wirklich umbringen. Also... Ich hätte nicht mal mehr die Skrupel dafür. Hello, alone again. Oh, man. Burgerpants. No one, no answers. It's locked from inside. No answers. No answers. Bis zum Kern. Oh, ich hab noch nicht mal die Hälfte. Also, jetzt muss ich echt mal ein bisschen grinden hier. Ja. Aber erstmal will ich mich nochmal umgucken, was im Restaurant ist. Weil da vorne ist ja schon der Kern, von daher. Alter, hier ist sogar das ganze Licht aus. Nur ein paar Kerzen brennen. Das war doch schon vorher. Ja? Ja? Ich dachte, hier war ein Licht an. Hm. Ja, aber doch. Der Kerl hat was von einem Einzelhändler. Nur, dass er die ganze Zeit high ist. Ach, Burgerpants ist aber toll. Ja, 35 muss ich noch platt machen. Jesus. Äh. Nee. Nope. Wo könnte denn jetzt ein Gebiet sein, wo tatsächlich was spawnt? Das sind ja alles Gebiete, wo... Dings waren. Ja, auch hier. Hm. Oder im Kern vielleicht? Ja, im Kern wird ja wohl... Da wird ja wohl irgendwas sein, was ich umbringen kann. Aber ich glaub auch nicht viel. Ich guck mal. Vielleicht ist da die Droprate ein bisschen schöner. Who knows? Ich glaub da... Ich glaub, hier gibt es wenigstens weniger Gebiete, wo... Ja. Okay. Ja, allein hier die ganzen Gebiete. Hier waren ja überall Gegner immer. Und ich mein, hier lag irgendwo noch ein Item rum, was nicht schlecht war. Also ich glaub, zu Sans kommen wir heute noch. Also ich glaub nicht, dass das ein Problem darstellen sollte. Der Weg zu ihm. Er selbst hingegen... Ja. Ne, stimmt. Das waren alles geskriptete Gegner hier. Ach ja, genau. Das war das. Und ich hab ja solche Geldprobleme. Weil ich mir ja so viele Dinge kaufen muss. Nichts. Aber ich guck mich trotzdem noch mal ein bisschen um. There's a glam burger inside the trash can. You got a glam burger. You got a glam burger. Ach ja, das war auch hier. Wie schwer Undertale ist... Also der normale Run geht. Finde ich jetzt persönlich. Also der Pazifist Run ist... Ist, äh... Ist mehr auf Puzzle und alles getrennt. Genocide hingegen... Ist ein anderes Kaliber. Ach ja. Zero Gravity Frogget. Ja, guck mal. Hier sind wir jetzt ins Gegner. Ich hoffe, die zählen dann auch. Ah, gesehen. Final Flash. Bar... Farewell. Echt, das sind sie? Jetzt nicht mehr. Ich meine, nämlich gewesen zu haben, dass mein Matt nie weiter ist. Oui. Mad Jack, motherfucker. Oh, drei. Nice. Oh, scheiße. Wow. Paff. So. Yes. No regrets. No spaghetti. No spaghetti. I touch it your spaghetti. I touch it your butterfly. Oder muss ich die Schalter hier trotzdem umlegen? Den habe ich jetzt gerade einfach mal umgelegt, einfach weil mir da noch war. Da auch. Ich habe ja zufrieden. Ja, eben. Ja, da war ein Gegner und das fand ich gut. Oh, spawnen hier welche? Bitte, bitte. Oh ja. Oh ja, hier. Du bist da. Don't pick on me. Zack. Okay, hier spawnen wir. Ach, hier sind wir. 27 left. Hoi. Hoi. It's gonna take a while. Yep. Ah gut, immerhin spawnen hier auch mal zwei. Wurf. Ach ja, du widersetz dich der Schwerkraft. Die vergessen es jedes Mal. Hörp. Ja, weil Core ist nicht mehr lang. Also viel ist da ja nicht mehr. Deswegen, ich glaube... Ist ja schon... Deswegen, also ich muss hier jetzt mal ein bisschen... Und hier spawnen Gegner, also von daher... Und auch relativ zeitnah immer. Deswegen, ich glaube, hier ist gar nicht mal schlecht, wenn ich das mache. In Hotland wollten jemanden irgendwie spawnen, habe ich das Gefühl. War es entweder abgeriegelt oder... Oder das sind irgendwie Rätselräume gewesen, wo nicht spawnen kann. Pick me. Ich meinte ja, wo noch hätte er etwas spawnen können. Ach stimmt, da waren denn ja auch immer noch ein einiges an Gegnern. Aber die Furzfelder. Fucking Furzfelder. Immer diese furzenden Felder. So furzig. Echt mal. So furzig. Oh. Scheiße, dass du hier so viel Gold kriegst, obwohl es dir eigentlich gar nichts bringt. 21 left. Boah. Machen wir mal ein bisschen was vor uns hier. Ja. Viel hin und her. Viel Matsch. Aber gut, hier spawnen immerhin Gegner, so von daher beschwere ich mich nicht. Nein, nein. Good boss. Die beiden sind doch noch die schwersten, finde ich. Ja, die halten sich wieder auf. Oder ich schlage einfach daneben, das geht auch. Wow. Bam. China gibt Kate, glaube ich, noch gar nicht. Adieu Das erinnert mich einfach nur übertrieben an Toho Weil gefühlt jeder zweite in Toho solchen Angriff hat 19 I guess Ja denke ich mal glaube ich Hier spawnen auch immer zwei Das ist immer nice Der überlebt immer nur mit so einem Furz-HP Das geht mir echt auf den Keks So Das hätte ja noch gefehlt Wenn das jetzt gar keinen Schaden gemacht hätte Weil ich nicht getroffen habe Oh nur ein einziger Magic Abras nidabra Boom Boom shakalaka 16 Es geht aber gut voran Und klar Hotland ist an sich ein großes Gebiet Wenn man jetzt überlegt was im Pazifisten-Run Alles an Rätseln und Ereignissen da war Da hast du schon einiges zu tun gehabt Um genau zu sein Weil sich Elfes gedacht hat Boah ja Hab mich lieb und so Übelster Fanboy Es gibt genügend Fanfiction Und wenn dann kann ich die machen Ich will meine Hälfte sein Hey Eisschulk Ribbit ribbit Es regnet fliegen Eins der Gebote Ja ne Na den True Pazifist-Run Hab ich ja gemacht Also Deswegen mach ich ja jetzt Genocide Weil es das einzige ist Was mir übrig bleibt Weil So wie ich das verstanden hab Neutral Macht man ja so oder so Zu Anfang Das ist ja nach dem Kampf mit Escore Und Ja Dann ist halt Machst du Pazifisten-Ending Bist halt der coole Typ Der halt Sich sagt so Boah I like it I like ya Everybody lives Falls das jemand erkannt hat Ihr seid cool Ja ich hab so viel Love In mir gerade S Genocide Dann Pazifist Ich dachte das geht gar nicht Doch das kann so gut Du musst nur sagen Ich bin jetzt auf einmal doch nett Sorry dass ich in einem anderen Leben Quasi alle von euch umgebracht hab But okay Mit dem Ending hier Ja Ah so Boah Wenn du mir nicht gesagt hättest Dass das eigentlich ein weibliches Monster ist Würde ich mal sagen Der Donner Donner brüllt mich an Also mag ich die Musik hier Level 15 Mal gucken wie viele fehlen jetzt noch Seven Seven left Dass dieser Stern mir sagt so Ja so viele musst du noch umbringen by the way Mach mal Rote Schrift deutet an Dass äh Schusch das sagt Achso Schusch Ja eigentlich heißt die Person Cara Aber du hast sie nicht Schusch genannt Deswegen wollten Leute Dass ich sie mal Cara nenne Am Anfang Klingt aber irgendwie bescheuert Mann Andine hab ich jetzt Gott ich glaub ich hab nicht mal ne Stunde Für Andine gebraucht jetzt Also da bin ich jetzt eben echt gut durchgekommen eigentlich Den hatte ich irgendwann gut raus Sands gleich Jedoch wird I'm gonna have a bad time Aber Bisschen hab ich ja noch Bisschen darf ich ja noch leben Bisschen darf ich ja noch existieren hier Ne ich hab Nur gehört wie schwer Sands sein soll Deswegen Ich hab damals immer gehört Dass Andine und Sands halt Sehr schwer sein sollen Deswegen Genocide auch immer Nicht so viel gemacht wird Aber ich bin ja halt jemand Der sich sagt so Boah If I like the game I can take a challenge Deswegen hab ich ja auch Bloodborne damals auf Platin gemacht Weil ich fand das Spiel toll Und hab mir gesagt Gut jetzt willst du es dann aber auch Richtig machen Und somit hab ich dann auch im DLC Hier weißen Knabe von Kors zerlegt Das hat mich zwar Nerven gekostet wie sonst was Aber Es war super Pfanne Drei left Ach du das kann ich verstehen Ich hatte jetzt bei Andine Okay ich hab's einmal Bei mir ist es halt Ich hab gesehen Ich hab immer Fortschritt gemacht Irgendwie Und jetzt am Ende war es ja so Ich hab Ähm Wie war das Der erste Der eine Versuch Hat mir nur noch Ein Treffer gefehlt Und dann beim nächsten Versuch Hat ich es ja geschafft So Ich erkenne halt Fortschritt bei mir dann In solchen Situationen Dass der mich nicht getroffen hat Was war das denn 68 Zuschauer Jesus So einer noch Ja Was war das War das nicht grad so War das nicht grad was am Bild Oder hab ich jetzt mich grad Hab ich grad nicht Okay Krieg schon Haluten So komm Einer Geht doch Und zwar Hä Okay Einer von euch kann zwar eigentlich gar nicht existieren Aber okay Okay Noch mehr Erfahrung für uns Ja Ich beschwere mich nicht Gute Nacht Gute Nacht Schöner Fun Good night Also Ja Night So das müssen aber jetzt alle sein Ich guck mal Vielleicht ändert sich halt An die Musik jetzt Vielleicht sehen diese A la Kazems ja nicht Diese Edge Lord Zauberer Der will ja Assi Der ist extra Ich merk schon Na tell me Na but no one came But no one's there Everyone's dead Everybody died Okay Okay angeblich feiern gerade alle Leute Dass wir 70 Zuschauer haben Ich frage mich zwar gerade warum 70 Ich meine ich find's super cool Dass wir Dass wir grad 70 Leute da haben Aber wenn ich eigentlich sowas wie 100 Wo man feiern kann You know Ich frage mich noch But nobody came Everything's dead Determination Write an text Okay My my So you're finally arrived After our first meeting I realized Something Ghastly You're not just threat to monsters But humanity as well Oh my That's an issue I see You see I can't be a star Without an audience And besides There are some people I want to protect Hahaha Eagers as always I don't touch that dial Write something You haven't Encountered Any true fan Would know I was first created As a human Best eradication robot Was only after becoming A star That I was given More Photogenic body However Those original Functions Have never been Fully removed Come any closer And I'll be forced To show you My true form Fine then Ready It's showtime Jesus Christ Metatoneo Jesus Like I beat everything I just punch the living shit out of it Guess who don't wanna join my fan club Weißt du Vivi gestern noch so zu mir Euer Metatone Der wird dir richtig In den Arsch treten Mhm Vivi Ist klar Ist klar Vivi Der wird's mir zeigen Oh ja Ich hab solche Angst I'm so afraid Man what a letdown Ich hätte echt gedacht Da wär jetzt doch noch ein Bossfight Der halbwegs interessant wird Ich mein er sah bedrohlich aus To be honest Alter der ist mir gezeigt Mit seinem Aussehen Ich seh also ich merk schon Alphys kommt in Genocide Run Gar nicht wirklich vor Außer dass sie halt Ja Ich geh den Weg einfach mal Warte mal Ich hab da gar nicht drauf geachtet Gerade Sekunde kurz Hier spawnt nix Hier spawnt nix oder Ne Okay gut Das war ja die Stelle wo in Neutral Pacifist Hier die ganzen Monster kamen Und die Geschichte von Asriel erzählt hat Ich geh diesen Weg nur nochmal weil ich das genießen will Ich weiß ich könnte auch den Aufzug nehmen But I don't wanna Hast du grad Arsch zu mir gesagt Nein Flasche Aber nicht zu dir Okay ich bin soweit ausgerüstet Ja ich hätte jetzt auch nichts Wirklich sonst was ich nehmen kann Howdy You finally made it home Remember when we used to play here Boy Today's gonna be just as fun Oh jetzt kann man hier rein It's a trophy Number one noose puzzle champion Nothing useful Still has that sweater King-sized bed She's always the same Okay It's me Shush But it's It was me Shush All along Jetzt ist der Raum Und der Renovation Okay Hard-shaped locket in a box Will you take it? You're carrying too much Knife inside the box Warte mal Es war ja eine box vor der Tür Ich lege mal zwei Halt I remember when I was woke up here in the garden I was so scared I couldn't feel my arms and my legs The entire body had turned into a flower Mom, Dad, somebody help me I called out But nobody came Ich packe nochmal zwei Highlight items kurz weg Shit, das kann ich jetzt alles Ach, das ist Monster Candy Ja, das kann ich ja kurz Weg schnüppeln sonst Ja Kann ich nicht Ich kann gar nichts mehr benutzen Geht nicht Ich kann das nicht tauschen Ich werde hier nicht meine guten Items verwenden dafür Das ist ja jetzt retarded Wieso kann ich denn das nicht wegpacken? Einfach tauschen, what the fuck Bessere Frage Brauche ich Knife oder das andere Ding? Haben die irgendwelche Die machen gut Schaden Und hohe Verteidigung Ja, wow Stimmt, Box 2 Warte mal Nee Nee Gibt das ja nicht Hast ja durch Office bekommen Ja, wie mache ich denn das jetzt? Dann wiederum Schaden Ich meine Ich meine Okay, hier ist auch ein Schlüssel Brauche ich ja Bei Monster Candy heilen nicht viel Das weiß ich noch Und warten wir Der Glam Burger Wie viel macht der? Glam Burger 27 Du heilst 22 Plus 4 sind 26 Das andere sind 31 Die Box ist voll allein schon Das ist ja mal echt retarded Vor allem, dass du nicht die Sachen tauschen kannst Das ist einfach Stimmt, aber ich könnte auch einfach den Weißt du was? Ich gehe gleich nochmal schnell zurück Und hole mir nochmal einen Burger Okay Ich meine Ich kann mir Ich habe mehr als genug Geld So Ne? Den kann ich mir ja gleich wieder Ich kann auch generell gleich nochmal schnell zurück Und nochmal Gute Items aufstocken Was warst du? Ui Würde ich anziehen? Durchaus Right where it belongs Okay Du bist ja jetzt Schusch hier Ja, warte mal Ich gehe gleich sowieso nochmal Ich gehe gleich sowieso zurück Und hole nochmal Items Von daher Ist das gar kein Problem Knife inside the Box Achso Ja, klar Ich deb So Knife inside the Box Will you take it? Yes Real knife Real knife Here we are About time Ich meine Das kann ich einfach droppen Das ist ja nicht das Problem Eben Ich kann Items droppen Von daher Das mache ich auch gleich Ich gehe nochmal schnell zurück Und hole Heil Items Ja, wegen dem Effekt fällt mir gerade wieder ein Von der Bratzange Mehr Heil Power Ja gut Vier Punkte Was wird das nachher bei Sans ausmachen He will kill me or he will kill me Eventually he will kill me Achja Totally forgot about this Sekunde Dauert ja nicht lang Ist ja zum Glück Ist ja zum Glück nicht weit Ist nur halt wieder Ne Richtig hinsetzen Richtig hinsetzen Du sitzt da wie so ein Goblin Ich kann halt nicht anders ziehen So Guck mal Schon sind wir hier Geht ja schnell Warte Warte ich kann doch Ja Ich könnte Glamburger Heilen sogar mehr Ich könnte mir auch die hier holen Ich hab Ich hab 5000 über Also Das würde ich sogar empfehlen Tatsächlich die zu holen Alone again Warte mal Dann machen wir das mal wie folgt Items Drop Burn pen Drop Brauchen wir nicht mehr Und dann Jetzt hab ich 5500 Das Ding kostet 300 Das würde mich natürlich Voll heilen Aber das wäre ja Das kann ich mir auch Wobei ich könnte es mir leisten Was labere ich Eben das haut nochmal meine Wozu brauche ich Attack War das nicht so Dass ich Sans sowieso Nicht treffen kann Wasn't it like that Aber wegen der Heilung Einfach Ja das ist immer noch Der bessere Deal Sonst warte mal Das sind 1000 Ich könnte mich auch Mit den Dingern vollhauen Das wären 60 AP Wie viel HP habe ich überhaupt Warte mal Ich hab 92 Ja so ein Level Up Wird es offenbar Nicht mehr geben Jesus Ja komm Ich hab I got that money Okay Is ja gut Ja und ich glaube Den letzten Rest Den ersetze ich auch noch Am besten durch Legendary Ding Ich müsste es eigentlich nicht essen Aber trotzdem Es ist Zimt Es ist Zimt Ich liebe Zimt Du kannst Zimt nicht verkaufen Ja doch Ich muss aber Das geht schneller Ich habe wirklich zu ungeduldig Gerade Glaubst du ich renne jetzt noch mal Nach dem Village zurück Der Aufzug ist nicht weit Like a piece of trash it is Alter Wenn man Alter Das sollte man Alter Das ist no trash It's nice Problem gelöst Schon mal wenigstens Gute Highlight Im soweit Ja Ich habe ein face steak Ein face steak Face Got faced With a steak Got staked In the face With a steak Das hat steak zur Ansicht Dass man mit einem steak Gestaked wird Ich habe nicht drauf geachtet Wo ich hinlaufe Boah ist die Wand geil Ich mag die Wand Ja ich habe gerade Ich habe gerade Auf den Chat geguckt Ich mag die Wand Die ist so schön kalt The odds are staked Against you Well that's That's a bad pun Dude That's a bad pun The odds are Staked against me Wuhh 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 Okay Flowie Bem wieder zu Hause I unlocked the chain I soon realized I didn't feel anything About anyone My compassion Had disappeared I believe Me it's And believe me It's not like I wasn't trying I wasn't Weak with That stupid king Finally hoping I would like I would Feel something But it became Too much for me I ran away From home Eventually I reached the ruins And signed I found her Shush I thought All of the people She could make Feel whole again She failed Hehe I realized Those two were useless I became Despondent I just Wanted to love Someone I just wanted To care about Someone Shush You might not Believe this But I decided It wasn't worth Living anymore Not in a world Without love Not in a world Without you So I decided to Follow your Footsteps I would erase Myself from existence And you know What I succeeded Jeez But as I left This mortal coil I started to feel Apprehensive If you don't have A soul What happens When you Something promise Started to burn Inside me No I thought I don't want To die Then I woke up Like it was All just a bad dream I was back At the garden Back at my Safe point Interested To experiment Again and again I brought myself To the edge Of death At any point I could have Lived this World With a Continued Without me But as long As I was Determined To live I could go Back Amazing Isn't it I was amazed Too At first I used My power For good I became Friends With everyone I solved All their Problems Flawlessly Their Companionship Was amusing For a while At this As time Repeat People Proved Themself Practical What Would this Person Say If I Gave Him This What Do I Say Do If I Say This To Them Once You Know The Answer That's It That's All They Are Chloe Is Practically A Player Yeah Tell You Can Use And Just Try It all Started Because I Was Curious Curious What Would Happen If I Kill Them I Don't Like This I Told Myself I Just Doing Doing Just Because I Have To Know What Happens What An Excuse You Of All People Must Know How Liberating This Is To Act This Way At Least You Are Better The Sickos That Stand Around And Watch It Happen Those Pathetic People That Want To See It But Are Too Weak To Do It Themselves I Bet Someone Like That Likes Watching Right Now Aren't They Seid Ihr Sagt Mal Was Nowadays Even That's Growing Tiring You Understand Shush I've Done Everything This World Has To Offer I Read Every Book I Burned Every Book Du Warst Hitler Jesus Jesus Das Is Dark Flow Also Sowas Das Ist Echt Nicht Cool Alter I Have Won Every Game I Have Lost Every Game I Have Passed Everyone I Killed Everyone Sets Of Numbers Lines Dialogue I've Seen Them All But You You're Different I Never Could Predict You Shush No One Can No One Can Predict The Shush When I Saw You In The Ruins I Didn't Recognize You I Thought You Could Frighten You When I Steal Your Soul I Failed And When I Tried To Load My Save File It Didn't Work Shush Your Determination Somehow It's Even Greater Than I Just Have One Question For You How Did You Get Back To The Ruins From Here Wait I Know She Must Take Me When You When She Left And Said To Give You A Proper Burial Rather Than Hanging Out In The Basement Forever But Why Then What Made You Wake Up Did You Hear Me Calling You It Doesn't Matter Now I'm So Tired Of This Shush I'm Tired Of All These People I'm Tired Of All These Places I'm Tired Of Being A Flower There's Just One Thing Left I Want To Do Let's Finish What We Started Let's Free Everyone Then Let Them What Humanity Is Really Like That Despite It All Is What Still Kill Or Be Killed Then Well I Had Been Entertaining A Few Ways To Use That Power But Seeing You Here Changed My Mind Shush I Think If You're Around Just Living In A Surface World Doesn't Seem So Bad We Don't Even Need To Leave To Get Them This Time The King Has Six Of Them Locked Away They've Try A Hundred Ways To Get Him To Show Me When But He Just Won't I Know He'll Do It For You Why Am I Telling You All Of This I Said It Before Even After All This Time You're Still The Only One That Understands Me You Won't Give Me Any Worthless Pity Creatures Like Us Wouldn't Hesitate To Kill Each Other And If We Go In Each Other Other Way So That's So That's Why What's This Feeling Why Am I Shaking Hey Shoot You Know Hard Feelings About Back Then Right Hey What Are You Doing Back Off I Have Changed My Mind About All This This Isn't Good Idea Anymore You Should Go Back Shush This Place Is Fine The Way It Is Stop That Creepy Face This Isn't Funny You Got A Sick Sense Of Humor This Is It Right Let's Do This Hey Yo You've Been Busy Yeah So I've Got A Question For You Don't You Think Even A Worst Person Can Change That Everybody Can Be A Good Person If They Just Try All Right Well Here's A Better Question Do You Wanna Have A Bad Time Cause If You Take Another Step Forward You Are Really Not Going To Like What Happened Next Well Sorry Old Lady This Is Why I Never Make Promises It's A Beautiful Day Outside Birds Are Singing Flowers Are Blooming On Days Like Days Like These Kids Like You Should Be Burning In Hell R Why Speicher Ich Every 一次 That fucking Jesus Christ! Keine Unverwundbarkeit... Ja stimmt, ich hatte gar keine Unverwundbarkeits-Frames. Und dann jedes Mal... ...should be burning in hell. Huh. Always wonder why people never use their strongest attack first. I feel like you're going after bad time. Oh Megalovania! I know this song! ... 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 Jesus. Alter, das schreddert einfach nur. Oh ja, und es sind diese Steuerungen. Oh Gott, ja, da werde ich nicht mit freund. Nicht mit freund. Geiles Scheu. Lass mein Deutsch in Ruhe, ja. Nein. Achso. Oh Gott. Und Sans ist auf einmal ein Plattformer. Ja, das ist... Heißen die so? Ja. Okay, der Angriff geht. Es ist egal, wo ich ihn treffe, ne? Until suddenly everything ends. Oh fuck. Oh fuck. Pff. Ay caramba. Achso, man geht nur auf eins? Es sei denn, man nimmt dann Schaden wahrscheinlich, ne? Just keep attacking. That's your fault, isn't it? Sofie ist jetzt schon sicher. Ja, Sans ist böse. Das ist der Ex-Presion. Das ist der Ex-Presion of someone who died twice in a row. Sofie ist zu say, you look really unsatisfied. Alright. How about we make her the third? Alter, dieser Hupster. Alter, er weiß einfach alles. Jetzt fängt er auch schon vorher an. Wie sagt er. Dieser Cunt. Anyway, I was saying, it's a pretty nice day out. Why not relax and take a load off? I will, I will take a load off, I tell ya. Das ist ja egal, wo ich ihn treffe, er weiß der Süßer. Der Finger zu Süßer. How? Ich komme so schnell gar nicht runter. Ich kann nicht runterdrücken, um schneller runterzukommen. Das ist mein Problem. Ich bleib zu lange in der Luft. Ja und? Alter. Oh, come on. Der ist... You kinky bastard. So, wenn man hier auf der Plattform... Tja. Alter, das macht echt pro Frame Schaden, indem du da drin bist. Das ist schon sick. Oh, come on. Ja. Oh my god. How are you supposed to? Ja, how are you supposed to? Jesus, don't lose hope. Shush the fuck up, dude. Ja, shush the fuck up, ey, dude. Das war alles Teil meines Plans. Das war alles Teil meines Plans. Ready? Der move, der ist ekelhaft. Den hasse ich. Here we go. What a fucking cunt! Das ist an sich noch so einfach. Slash. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Das bliech. Oh, come on. Diese Plattform da oben, die ist so... Kage. Kage! Mein who needs Invincibility Frames, right? Ja, das ist... Das ist das Einzige, was diesen Kampf schwer macht. Die nicht vorhandenen Invincibility Frames. Und dass er aus dem Spiel auf einmal einen fucking Plattformer macht. Was mach ich denn? Wie? How? Ich komme nicht mal dazu, ihn anzugreifen. Das ist auch voll, das ist nicht. Twat. You're that kind of orangey. You can understand how this feels. knowing that one day without any warning I'm going to reset. I should be dead. I'm dead. I'm dead. There you go. Okay, der hier, der Move. Wenn ich mich nicht so dumm anstellen würde, ist der hier sogar auch einfach. Und getting to the surface doesn't really appeal anymore, either. Noch mal? Ich habe hier keine Highlightings mehr, von daher. Because even if we do, we'll just end up right back there without any memory of it, right? 80 Zuschauer? Alter. Na, du Fick-Schnitzel, hast du jetzt auch was zum fünften Mal zu sagen? Hmm. That expression is someone who died quite in a row. Quice? Frice? Well, I'll do anything in our doing ways. Ready? Here we go. Ja, mal so langsam. Sammel mir nicht zu. Oh, nein. Oh, nein. Everything ends. Oh, und ich bin tot. Oder nicht. Fuck. Den Part hasse ich. Ja, den Part hasse ich. Ab nochmal. Den hasse ich wie die Pest. Ich könnte springen, aber ich will das ehrlich gesagt nicht riskieren. Okay, ignore me down here. Just ignore me. Ja eben. Ja, das ist auch... Spring ist hier... Das ist weit zu riskier. Three. Ich verstehe... Ich verstehe... Ich verstehe... Ich verstehe... Hm, fuck. Spring richtig! Gut, dass dieses Spiel als Jump'n'Run ausgelegt war. Als fucking Plattformer. Wie wär's, wenn du dich denn jetzt einfach aufgibst und hinlegst und stirbst? How about that? You fucking twat! Ja, perfekt! Ich hab genau da angefangen, wo der Knochen beginnt. Ich hab nix mehr, okay. Oh man, ich bin so dumm. Well, even if we do, we'll just end up right back here without a memory of it, right, miss Nerven-Burbler? Immerhin ist die Musik awesome. To be blunt. It makes you kind of hard to give it on my own. Ja, das meine ich. Wenn du kurz angefangen hast zu springen, kannst du's vergessen. Aber ja... Progress. Das ist progress, meine Freunde. Ich komm da nie mit viel mehr raus. Was? So, fuck off. Ich hätte vielleicht danke fürs Hosten. We Kr Bowen! Oh man! Das felsch, mit ne Henne! Bev cutaway sj Firo, mit Hänen controller! Come on! es ist wie mit an sein die ersten sind alle sehr gescriptet und danach ja weniger und fakt ist diese dreckige plattform diese plattform ist erkannt ok die musik ist echt halb wohnen wo soll man stehen ja die plattform habe ich wieder eingeholt aber das kommt habe ich jetzt noch mal also gönne ich mir jetzt mal oder auch nicht ja ich dachte der andere kram kam wieder jada jada jetzt mir nicht zu ich will es noch mal versuchen wieder irgendwelche großen worte jetzt macht jetzt wird es lächerlich kumpel es war sogar noch schlechter als die letzten male das sind diese ist dieser knochentrain einfach so abfakt ja ich stehe falsch kill me kill me ja das Ja, 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 man, shut the fuck up, ich will es nochmal versuchen. Fuck you! Die Musik macht aber so vieles wett im Gonde. Die macht das um so vieles angenehmer eigentlich. Das ist kein Salz, man nennt sowas Encouragement. Für den Chat ist alles Salz, sowas nennt man Ehrgeiz, sowas kennen die jungen Leute heute gar nicht. Okay. Das hier ist noch mit das Einfachste, auch wenn's random as fuck... Wie bin ich da durchgekommen gerade? Wie bin ich da durchgekommen? Ende. Wir können uns das Ende so des Viers, ja. Na, mit Schwad. Ich wollte gerade sagen, ignore me, I guess. Bis zu dem Punkt, wo ihr mich nicht mehr ignoret. Gäh. 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 Lenk mich nicht mit sowas jetzt ab. Du hast dich nicht. Come on. Ah, der Kram, okay. Wir sind sowieso so ein Pyro in, mein Edel. Wir sind einfach ein Haufen Emos. Wir haben keinen Bock mehr auf irgendwas. Ja, spring nicht, why don't you? Auch wenn ich mich frage, warum man gegen Ende hier noch Items kaufen kann, die Attack stärken. Obwohl du gar nicht mehr, gar keinen Schaden mehr machst, wirklich. Ich wünschte mir einfach, dass wenn das Herz blau ist, dass du, ja, weißt du irgendwie X drücken kannst zum Springen. Weißt du, das wäre so viel besser als nach oben. Da hätte ich denn schon um so vieles weniger Probleme mit. Das ist für mich irgendwie natürlicher. Aber das ist, wenn ich einen Grundstechen nicht bekomme. Oh, Blunt, K, nicht, ne. Ich muss da bei denen schon immer mehr auf das Motion Blur achten als auf alles. Was ist das für mich? Hell hab ich noch. All I know is seeing what comes next. I can't afford not to take care anymore. Oh, that being said, you're like throwing that finger around, huh? Listen, I know you didn't answer me before, but somewhere in there I can feel it. There's a glimmer of good person inside of you. The memory of someone who once wanted to be the right thing. Someone who, another time, might have been a friend. Come on, buddy. Do you remember me? Please, if you listen, let's forget all this, okay? Just lay down your weapon and... Well, my job will be a lot easier. You told me about this. You told me about this bullshit. I have nothing to say. You have nothing to say. I know this bullshit. I know your fucking bullshit. And we'll fucking rip your heart out. Well, it was worth a shot. Guess you like doing things the hard way, huh? Ah, okay. It's getting harder. I feel like you turn it... Wieso sind da Knochen auf einmal? Ja, das ist es jetzt. Jetzt bist du nicht mal auf dem Menü vor ihm sicher. Wie jetzt? This thing will hurt you. What? Oh, wie unfair! You fucking twat! Oh, schön, ich kann durchs Menü nicht sterben. Oh, das ist ja schön. Oh, das ist ja schön. You fucking twat! I will fucking murder you! I'm a spider. Wait, I'm a spider. Oh, no, 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 no. Tobi, twat! Hat echt Spaß mit dir, ne? I will fucking rip your heart out! Ja, das hattest so gemacht, dass es dir keinen Spaß machen soll. Fucking Baumknutscher! What? Was hat das damit zu tun? Nein, das ist aber nicht. ... Nee. ... ... ... ... ... ... ... fuck fuck ach das war jetzt scheiße shut the fuck up ich will es einfach nochmal versuchen also sabbel mir nicht zu hmmm oh boi ich habe eine 9, sorry ich war eine 10 fucking twat inhale starting to know your shit es ist nur noch eine Sache der controls mehr nicht und jetzt habe ich bei dem jetzt hier probleme wirklich come on und 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 oh come on und verklag mich doch ist das random ich habe das Gefühl die Knochen sind random dass da manchmal mehr Platz zwischen ist als sonst ich glaube unten bleiben ist da der sichere bett einfach sicherer das war das war nicht oh mein god dein bett aus Knochen so back in business das 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 hier ist sie sie wenn ich mich nicht dumm anstelle heißt das genauso das 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 Ich bin Bock! Das ist mein K.R.I.T! Oh, Justin, du bist so ein Lazy-Hell-A-F-I-No! Ich bin ein High-End. Das war dumm. Das war eben dümmer. Okay. Fauler Stinker! Du Lazy twat! Being said, I don't care anymore. I'll fucking rip you apart. Neue Angriffe. Jetzt kann ich mich wenigstens wieder frei bewegen. Bringt mir nur leider nichts. Nein! Oh, come on! Oh, come on! Really? Die Scheiße? Oh, come on! Man! You gotta be kidding me! Nope. Er meint Todernst. Ach, zwischen den Runden kann ich mich heilen. Ach, da bringt er mich nicht um. Oh. Ready. Ja. Kill me right away, please. Ja. Kill me right away, please. Ja. Halt dein Maul. So. Nochmal. Wenn der Anfang schon so scheiße läuft. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm. Wieso kriege ich jetzt diesen ersten Angriff nicht mehr hin? Nein, ich kriege den ersten Angriff nicht mehr hin. Oh geil, er hat endlich aufzureden. Okay, ich kriege den ersten Angriff nicht mehr hin. Was? Really? Das ist... Ich komme so schnell nicht wieder runter. Oh, come on. Okay, ich kriege den ersten Angriff nicht mehr hin. Eieieieiei. I hate this one. Da gibt es irgendwie keinen richtigen Sinn. Ich weiß auch nicht. Das sieht so merkwürdig aus. Okay. Yes. Es ist ein Ausdauerkampf. Mehr ist das nicht. Oh, come. Oh. 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 Ich wünschte, man könnte einfach nach unten drücken, damit du schnell auf dem Boden bist. Oder X zum Springen, damit es sich wirklich anfühlt. Weil ich höre meinen Controller knacken. Ach, gepackt! Oh Gott, es ruckelt manchmal voll. Oder entweder das oder meine Augen lassen nach, eins von beiden. Jetzt weiß ich, den Scheiß macht er dann auch nachher. Wenn du weißt, dass es kommt, dann ist es ja nicht schwer, aber... Ich habe mir blond, ne? Wie? Wie? Wieso bin ich da aus dem Timing? Wow, das wäre fast dumm gewesen. Oh, ich debb! Ich spring da mal zu früh. Äh, zu spät, um genau zu sagen. Da muss ich schon in die Lücke, sonst wird das nix. Genau. So, und jetzt kommt wieder... Ja, ich habe keinen Bock mehr. Das ist mein letztes Highlighter. Ich denke, schon. Oh, was? Oh, was? Okay, jetzt ist es Try and Error. Also, sorry, aber jetzt ist es Try and Error geworden. Alter! Wenn ich Pausen mache, dann wird's noch schlimmer. Wenn ich Pausen mache, dann verliere ich komplett die Kontrolle. Oh, come on! Wirklich? The magic pixel. It strikes again. Es ist unmöglich, dann wieder nach unten zu kommen in der Zeit. Ich verstehe das nicht. Das ist irgendwie... Okay. Ich meine, schlimmer könnte es doch sein, wenn die Plattforms tatsächlich solid wären. Das wäre, glaube ich, noch schlimmer. Nein! Come on. Ich habe so gut angefangen. Wirklich jetzt? 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 Yep. Jackpot. Woos hat man da fürs Followern? Alter, mich fast ignoriert jetzt, ja. Okay. Rudd. Okay. Oh, gut, okay. Oh, come on. Jetzt kommt eh der Kram. Fuck. Nein, 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 nein! Oh, das ist so unfair. Ja. I got this one. I got this one on lockdown. Yeah, this one. This one is a cunt. Ja, schön. Ach, das machen wir auch noch. Okay. A huge dick in your butt. Ja, mhm, that's all right. Shut the fuck up, please. Danke. Boi. Boi! Oh, boi! Sounds acting like a fucking cunt again. Oh, wirklich jetzt? Wo hat mich das jetzt alles noch getroffen? Hm? Nix da. Das gönne ich dir nicht. Und dann habe ich vergessen, dass der scheiße kommt. Und dass das irgendwie, ich weiß auch nicht, merkwürdig ist. Ich will nicht sagen unmöglich, weil das Ich weiß, dass es das ist Das ist das nicht, aber trotzdem Fuck man Kick him Ja, okay 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 This one This one on toast Den letzten kann man springen, da ist keine Gefahr Oh, komm Fuck, boy Fuck, boy Okay boah ja leck mich auch aus dem schausten einfach in rot der macht das wirklich okay scheiße da kam noch ein text oh shit boy jada 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 fuck you ich halte mich voll was sagst du dazu and then i'll rip your heart out ja komm ich hab nicht mal ne you little twat ich nehm vor allem schaden obwohl ich gar nichts mache das scheint mir das ist einfach nur irgendwie unfair weiß auch nicht ja why not ja ziemlich ganz auf null why don't you fuck und 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 jetzt sieht mir auch so alter well hey take it for me kid someday we gotta learn when to quit was 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 och come on wirklich so fahren wir jetzt och mensch es ist das ist das ist was 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 soll ich denn da machen what the fuck wo wurde ich denn da jetzt getroffen Oh, come on! Das ist auch Bullshit hier! Das ist ein Haufen Bogus! Wie? Wie? Für fuck's sake! Oh, man! Und, äh... Kann man nicht einfach... Nee, es ist ein Plattformer, der kein Plattformer sein will. I'm dead. Ja. Oh, fuck. Also, manchmal willst du gar nicht da nach unten, da hältst du es einfach nur für langweilig. Und manchmal benimmst du dich einfach wie ein riesiger Hurensohn, ich weiß schon. Hallo, die sind immer unterschiedlich groß! Das ist jetzt... For fuck's sake! Oh, ja, Mann! Wow, das ist ein schlechter Run jetzt schon. Das ist jetztplattern. Hofans, Hofans! Puh, Puh! Puh, Puh! Puh, puh! Puh, puh! Geh doch runter! Meine Güte. No, shut the fuck up. Mach einfach neu, komm. Ah, you fucking twat. I fucking hate you. Come on! Just leave scheiße. Just leave scheiße. How? How are you supposed to? Du kommst nicht schnell genug runter. Fuck you. Oh, come on. Ich will doch nur von oben durch eine Plattform können. Du kommst von unten durch. Da klingeln einfach meine fucking Jump'n'Run Instincte. Die hier nicht ticken, leider. Hey, jetzt bist du im Arsch. Jetzt benimmst du dich wie ein riesen Arschloch. Riesiges Jax-Kind. Was? Spring richtig, Mann. Oh, Johnny. Du kommst zu. Du kommst zu. Du kommst zu. Du kommst zu. Bist du. Ich guckst das. Ungleiche ist. Du kommst. Du kommst zu. Ich guckst alles zusammen. Da kam noch was, ne? Ich f***e ab. Ja, ich f***e ab. Ich bin nicht f***e ab. Nur ein bisschen. Halt dein Maul. Hi, time our, Kumpel. I don't give you that. I don't give you that bullshit. I don't take this bullshit from you. I will take you apart. Lim from limb. Ja, zu mir ab, obwohl ich nix machen kann. Das ist fair. Das sind faire Game Mechanics. Das, oh, das wollte ich doch gar nicht. Ja, zieh mir mehr ab, während ich nix mache. Das ist echt asozial. Come on. I don't give you that bullshit from me, kid. F*** off. Ja, how, 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 how do you suppose to? I don't get it. Die sind so schnell. Ich versteh's nicht. Wie, wie soll man das machen? Schnauze. Ja, vergiss es. Nochmal von vorne. Okay, mich. Danke. Der Wisser abbricht. Hä? Das geht so schnell. Ich komm da nicht mit. Das ist fucking impossible. So, ich schnauze. Ach, ja. Ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Das ist... Da, diesmal ist das voll... Da ist doch viel, viel Platz, aber manchmal ist da einfach gar kein Platz bei diesen Dingern. Deswegen, ich glaube, der will mich einfach verarschen. Fucking hell, ich Idiot. Ja. Oh ja, kann ich noch mehr falsch machen, bitte? Oh mein Gott. Yeah. Brickt man sich immer halb die Finger, weißt du, um überhaupt einen vernünftigen Sprung zu machen. Suck my dick, you fucking twat, fucking sucking, fucking arschloch. Come on. Ich muss sagen, okay, ignore me. Nach dem 50. Mal kannst du es dir echt sparen, Kumpel. Du kannst ja die Sprung mit der X-Taste tauschen. Was? Was? I can't do that? Oh ja, mein Gott. Da, du kannst du kannst! Das war's für heute. Alter, dieser Angriff. It's the fucking death of me. Es wäre effektiver, wenn ich mir meinen Controller in Rachen schiebe, das würde mir bringen. What the fuck? Oh, man kann das echt machen. Oh Gott, jetzt ist es auch egal. Weil ich weiß genau, wenn ich das jetzt mache, dann komme ich noch mehr durcheinander als ohnehin schon. Ja, kill me. Kill me right now. Kill me right now, please. Ja, 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 ich hab's begriffen. Ja, stay my cock und so. Dankeschön. Tastenzuweisung, das könnte man echt machen, wow. Oh. 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 Das war's für heute. Na, jetzt habe ich mich zumal auch an das Ganze gewöhnt, was das angeht. Dieses Wannabe-Jump'n'Run-Gedönse hier, da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Auch wenn ich immer noch finde, dass es absolut irresponsible ist wie sonst was. Das habe ich damals bei Papyrus schon gesagt. Dass ich das einfach nur, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach unnatürlich an. Oha, das war aggressiv hier jetzt. Oder dass man irgendwie schneller von den Plattformen runterkommt. Sowas wäre ja auch noch... Wow, ja, wow, ja. Can I suck some more dick? Oi, das war richtig dumm. Placebo. Das war viel zu knapp, als es sein sollte. Das war viel zu knapp, als es sein sollte. Oh, shit. Lasst mich doch hier unten einfach in Ruhe. You fucking twat. Das ist wie so ein Banjo-Kazooie-Charakter, ey. Ich habe immer noch drei Health-Items. Das Problem ist, sie bringen mir absolut jack shit, weil er mir Sachen abzieht, während ich nichts dafür kann. Was absoluter Bullshit ist. Ja, vor allem, wenn ich mich so anstelle. Wenn ich mich so blöd anstelle. Was blöd anstelle. Ich würde mich so anstelle. Ich würde mich so abwärten. Oh, ja. Fuck. Ja, Blaster. Ich debb. No. I don't get it. Die outspeeden mich. Die outspeeden mich. I just, I just don't get it. Die outspeeden mich komplett. Ja, das, Alter. Einen Versuch gebe ich mir noch. Wenn der jetzt... Dieser Angriff. Ich habe keine Ahnung. Die outspeeden mich in so vielen Punkten. Ich habe keine Ahnung, wie da der Rhythmus sein soll. Und es kommt so spät, dass ich das nicht üben kann. Wenn ich mal überhaupt so weit komme. Das ist ja schon... Das ist ja schon something. Ready? Ja. Ja, vor allem, wenn der schon so scheiße anfängt. Ja, nee, der zählt nicht. Komm. Zählt nicht. Ich habe es eben so weit geschafft, wie noch nie. Das ist ja... Das ist eigentlich der Fakt, dass ich schon Konzentration habe. Aber irgendwie... Es ist designt, um nicht... Um nicht mal... Das ist so fucking pixelperfekt, ey. Das ist so ein Bullshit. Keine Ahnung. Käse ist irgendwie abgehauen. Hat die Schnauze voll, sich meinen Fail anzugucken. Kann ich verstehen. Würde ich mir auch nicht angucken. Ja, fuck it. Das war richtig retarded. Kann ich ein bisschen mehr dick, please? I want some more dick in my sauce. Oh, Gott, das wird... Ja, das... Nee, das wird echt nichts mehr. Das ist echt jetzt... Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der ist mir zu über. Das ist das erste Mal, dass ich sowas... Dass ich so wem am Gegenüberstehen mir sage, der ist mir zu über. Fuck you! Fucking dickweed! So, das musste mal kurz sein. Tu mir deinem pixelperfekten Geherze! So, das ist mir zu über. 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 Sprich doch richtig, du Twat! Manchmal bist du da aber auch recht aggressiv, ne? Weißt du, manchmal ignorierst du mich da unten komplett und manchmal sagst du dir, wie, der ist da. Just stay still, you fucking asshole. Das ist der letzte, ne? Ich hoffe, sonst hab ich jetzt echt, ja, okay. Wow, ich hab noch vier Items über. Ich glaub, so einen Run hat ich bislang noch gar nicht. Last chance. Last chance for today. Mehr geb ich mir nicht, sonst sind wir morgen noch hier. Fuck. Der Angriff ist so fucking retarded. I should be dead. Eicht »näri lecker«. U задalmaßen. Eicht »näri lecker«. »RAich! Der Winkel war so ekelhaft. Nee, nee. I don't get it. Ich hab eh nichts mehr. Ich bin grad mal an der Stelle. Alter. Ach, come on! Ja, gut, ich geb's auf. Ich geb's fucking auf. Das... I don't know. Ich hab das Gefühl, der ist mir zu über. Ich seh, wie ich Fortschritte mache, aber ich weiß ganz genau, dass dieses Spiel noch 10 weitere Phasen, jeweils mit noch 10.000 anderen Attacken auf mich warten, wo ich nicht weiß, wo ich noch nicht kenne und wo ich dann dabei sterbe. Nee. Ey. Fuck my life. Fuck this shit. I'm done. I'm done. I'm so done for today. Ich hab so den Sack dicht für heute. Ich hab sowas von den Sack dicht für heute. Nee. I'm done.